Im Morgengrauen ergeben, ziehen wir den Gelegen und wir werden alles erlegen, bis wir deutscher Meister sind. Hansa Rostock, du sollst schallen, wie der erste Heilige Schein und überall soll es schallen, Hansa Rostock, mein Verein. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 große momente ergeben sich durch eine große möglichkeit und genau das bietet sich euch heute abend heute wird sich alles entscheiden und heute haben wir die einmalige chance ein spiel 90 minuten entweder bestehen wir als ein team oder wir zerbrechen jeder einzelne wird alles geben in jeder minute in jeder sekunde wir können aus dieser hölle aufsteigen stück stück nach oben 90 minuten jeden zweikampf annehmen nur so gewinnt man würden wir zehnmal gegen sie spielen würden sie vielleicht neunmal gewinnen aber nicht dieses spiel nicht heute heute werden wir mit ihnen mithalten wir werden uns dagegen stellen weil wir es können stück für stück spiel zurück um spiel zurück bis wir am ende sind unsere größte angst ist nicht unzulänglich zu sein unsere größte angst besteht darin grenzenlos mächtig zu sein du gibst dein bestes du gibst dein allerbestes versprechen dass du alles versuchst ich kann nur sagen seht euch den mann neben euch an seht in seine augen und ich glaube dann werdet ihr jemanden sehen der genauso denkt wie ihr wenn du einen traum hast musst du ihn beschützen ihr werdet einen mann sehen der bereit ist sich selbst für das team zu opfern weil er genau weiß wenn es darauf ankommt dann tust du dasselbe für ihn das ist ein team gentlemen denkt daran dass wir hier sein konzentriert euch auf das wesentliche auf das was wir immer wieder durchgegangen sind entweder bestehen wir jetzt als ein team oder wir werden untergehen als einzelgänger